Ich weiß noch nicht welchen Namen ich meinen Temtem sonst so geben sollte. Deswegen lass es mal was habe ich hier. Solitär ist mit Kessie... Moment, jetzt ist das... Warum nicht nur das Headset? Hm, ne. Jetzt hab ich erst noch mehr. Na gut. Moment, ich versuche noch mal kurz mit Zonen. Ich hätte gerne auf das Ohr... Ich könnte ein bisschen lauter. Dann war ich hier bei der Stimme ein bisschen lauter. So. Geht ja eigentlich noch, würde ich sagen. Also zumindest, glaube ich, Pegel im Stream. M.O.B.S. Okay, das sind Teleportes. Was war das nochmal? Gehen wir da eben hin. Ich muss erst mal ein bisschen zurechtfinden. Wie gesagt, ich habe lange nicht mehr gespielt. Oh, das ist ja cool. Viele neue Temtem zu erfangen kann, ne. Das ist Housing. Takaki Deko. Das ist für das Housing, okay. Interessant. Ähm. Das ist aber... Nicht das... Doch, das ist... Das ist Work in Progress. Das wäre Crema Hauptentgang. Crema? Oh, okay. Digitales Forschungsergebniszentrum Nanto Labor. Da gibt es eine Quest drin, ne. Guten Tag. Guten Tag. Okay, die sagten nur Guten Tag. Oh. Ähm. Okay. Moin. Okay. in den Tag an. Testlaboratorium. unterstütze mir bei ihrem außeneinsatz in den reißfeldern der sieht echt voll cool aus und diese leuchten er kann sich pokémon eine scheibe von abschneiden wenn ich ehrlich bin wo ich sowieso kann man kurz gucken aber kleidung aber die war ja immer so mega teuer eine versuche ist sowieso wirken progress kleidung wirken prozess okay wo das ist eigentlich unten die unten gewesen das ist immer mega teuer und teilweise sehr seltsam aus jetzt mal die jacke finde ich ganz geil 64.000 müssen verarschen na gut dann gehe ich mal zur moment ist jetzt hier das center aber das ist eher oben das ist wahrscheinlich oben dann gehe ich mal nach oben der center sage ich schon mal die arena wundervoll schaut ich finde die stadt wirklich cool haben sie gut hingekriegt beende gedanken gedenken an max und digitales verschwinden ok ok warum das noch mal das eine ist ja direkt hier hier ist es nicht karls der ist k los gibt es hinweise was auch cool wäre wenn ihr die synchrone synchronisierung reinbraten würden aber ich glaube das wäre ein bisschen zu viel verlangt für ein free to play game frage doktor d andenium fragen Warum werden hier mal Zeiten angezeigt? Ich hoffe, das ist nicht Retail-Zeit, ey. Also was mag ich überhaupt nicht, wenn du zum Beispiel in der Street 30 Retail irgendwo ins Spiel gehen musst, nur um das zu Ende zu machen? In-Game-Zeit wäre jetzt kein Problem. Ja, irgendwas war falsch. Ja, ich bin bereit. Ich brauch irgendwas, ne? Ob das richtig ist, weiß ich nicht. Irgendwie war es richtig. In-Game-Zeit, lass raus. Wer bist du denn? Murren kommt durch die Reißfelder. Wo sind denn zur Hölle die Reißfelder? Oh, guck mal, man kann da und da... Oh Gott, das geht ja noch weiter hier. Ähm, ich geh erstmal nach links. Na, guck. Okay, das sind nicht die Reißfelder. Ich geh hier trotzdem mal weiter. Äh, was passiert? Warum verfolge ich den jetzt? Und was passiert hier jetzt? Oh, das ist doch... Hey, Max? Den Max muss doch irgendwas machen. Jetzt geh ich schnell raus, oder? Jetzt geh ich schnell raus, oder? Jetzt geh ich schnell raus, oder? Alter, ganz ehrlich, haben sie hier wirklich diese Müchtigern-Prono mit reingebracht? Diese selbst erfundenen Dinge? Sorry, aber ich bin da kein Freund von. Weil... Es gibt sowas eigentlich gar nicht. Diese, diese... Diese Wörter gibt es nicht. Das ist ja selbst erfunden. Das sind die Reißfelder. Hier muss ich hin. Ach, du Scheiße. Ich glaub, nur da muss ich hin, ne? Dann gucken wir mal. Das wird noch lange gehen, glaub ich. Auf geh sie in den nächsten Kampf. Elektro und Wasser. War geil. Ähm... Nicht Kino rein. Dann würde ich nimm den rein. Ach Quatsch, aber nicht für den. Der kann ja was machen. Der klatscht jetzt mal den weg. Und ich alles. Das wird ne, das wird das. das kristall bis auf den das war ja einfach ich werde ihn immer noch haben ja diesen spark schick aber gut zu wissen dass ein kristall der nicht so gut ist ein lumo oder luma oder so was ich auch noch kein einziges ich laufe einfach durch diese karte hast du hier denis und sehen hier tukma kisiva zipanko theoretisch gibt es denn noch einen bereich und was machen die dann gute frage oh die bereiche sind doch von einander abgesperrt okay gut zu wissen das ist ein bisschen umgucken ein paar wabber habe ich schon hier waren beide wasser ne wasser pflanze waren die glaube ich wasser pflanze wasser pflanze und wasser pflanze also Hm. Na schau so. Da noch mal Griff drauf. Fähig. Hm 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 hm. Oh. Ich wollte es wie so grad zu mir nennen. Hab ich ja alles gesehen. Als ich schon ein Stück weiter... Irgendwo gelaufen bin, dass es gar kein... Anderer Spieler ist, sondern ein Trainer. Agro Nimen? Irgendwie heißt die Olle. Was ist das? Ist das Gift? Oh, das ist auch so ein Metall, glaub ich. Ich weiß immer noch nicht, was effektiv dagegen ist. Deswegen versuch erstmal Wind und... Ich versuch mal Gift. Okay, Gift ist schon mal nicht effektiv dagegen. Wind ist effektiv, dann ist das wahrscheinlich auch Gift. Ja, es ist auch Gift. Alles klar, okay. Verstehe ich. Dann äh... Weiter mit Wind drauf. Digi Drohung. Okay. Okay, das ist wahrscheinlich Digital Gift gewesen. Ist das die Frage, was es gegen Digital effektiv... Auch Wind? Oder auch Gift? Verlässt mich zwar selber, aber ich guck mal eben. Okay, Wind ist normal. Und Gift. Gift ist safe, okay. Kann ich Dings gleich rausnehmen eben. Wollerrand. Wenn der nächste stirbt. Sollte aber eigentlich nicht. Alles klar. Wind normal... Und... Ich guck mal wie ein Kristall. Ähm... Ich guck mal wie ein Kristall. Und weg. Na gut. Kann ich da nicht mehr gucken. Da ist es! Ich will das fangen. Digitall habe ich noch gar nicht. Ich hoffe, ich krieg das mit guten Werten. Ich hoffe, das stirbt jetzt nicht. Oh, scheiße. Okay. Es tut mir leid, aber ich will das fangen. Deswegen muss ich das nochmal suchen. Ich hoffe, das hat keine prozentualen... Chance zu kommen. Natürlich. Das kann ich noch was testen. Der geht immer kurz raus. Kino kommt rein. Ja, wo ich jetzt mit Gift angreifen kann. Na, ist auch egal. Äh... Okay. Der hat Elektro-Synthese. Er ist eine Synthese. Hat dann auch Elektro-Synthese. Das, äh... Wir haben sie beide. Okay. Ich kriege das zu machen draus. Ich habe jetzt scharfe Blätter und fertig. Ich will das Tentem haben. Das Digitall-Tentem will ich haben. Jawohl. Diesmal mache ich nur. Einmal Windklinge. Und wir haben auch noch Kostinia. Ich würde noch eine Windklinge von den Überlebenden. Was ich noch nie mal mache. Eine Windklinge überlebt er noch. Das weiß ich. Hier wechsel ich aus Kino rein. Ok. Oh. Of course. Ist da wieder Damage? Ist da aber nicht ganz so wild? Ok. Okay. Ok. nice jetzt bin wir gespannt wer hätte sie gar nicht so scheiße verteidigung ist ein bisschen behindert sonst geht das eigentlich angriff t was macht das ändern den zweiten typ des zentrums zum typ der als nächstes verbinden technik okay